Was kann in 15 Jahren passieren? Stellen Sie sich 8000 Quadratmeter vor, auf denen ständig 5 Produktionslinien arbeiten. Seit anderthalb Jahrzehnten investiert Sefir Tissue in neue Lösungen und Technologien. Mit Unterstützung eines modernen Maschinenparks bieten wir Produkte von höchster Qualität, sowohl für die Industrie als auch für den Haushalt. Dank dem flexiblen Produktionsprozess und der vorteilhaften Lage unserer Betriebsstätten können wir alle Bedürfnisse unserer Kunden zufriedenstellen. Dazu verfügen wir über 10.000 Quadratmeter Lagerfläche und die Unterstützung einer Transportflotte von 35 Fahrzeugen. Mit dem im letzten Jahr von Sefir Tissue hergestellten Hygienepapier könnte man die Erde entlang des Äquators 70 Mal umwickeln. Und die von uns hergestellten Papiertücher könnten nach dem Entfalten das Gebiet Deutschlands und Nordfrankreichs abdecken. Die Zeit bleibt für niemanden stehen. Wir legen also jeden Tag die Messlatte höher und erhöhen ständig unsere Produktionskapazität. Dadurch entspricht unser Angebot den Anforderungen der Handelsketten, des traditionellen Marktes, des AFH-Marktes sowie den Institutionen und Industrieunternehmen. Der gesamte Prozess wird von einem qualifizierten und engagierten Team überwacht, das jeden Tag zu unserem gemeinsamen Erfolg banträgt. Sefir Tissue ist der zweifache Gewinner des von der Co-Face-Gruppe und der Puls Businesso-Zeitung erstellten Rankings Gazelle Businesso. Unsere Stabilität, hervorragende finanzielle Ergebnisse und transparente Beziehungen zu Kunden und Auftragnehmern werden seit vielen Jahren von BizNode International Payment Monitor geschätzt, der uns seit 2012 mit Bonitätszertifikaten auszeichnet. Unser Wissen, unsere Erfahrung und die verliehenen Zertifikate bestätigen die Qualität und Entwicklungsdynamik unseres Unternehmens. Sefir Tissue – Wir entwickeln uns für Sie.